Ja! Dann kam ein Ereignis. Eeeh, doch, guck mal her. So, warum wir dich denn hier? So. Äh, was, was ist denn das gerade hier? Hä? Ich hätte gedacht, das war jetzt nur irgendwie ein oder so. Naja, ja, ja, gut, okay, komm. Das ist jetzt... Da sage ich jetzt noch nichts dazu. So. Amita? AJ, was ist los? Hast du die Fabrik gesichert? Ist der Chemiker tot? Ja. Ja, es ist nur... Ich glaube, ich halluziniere. Das ist der Rauch, aber das wird wieder. Ich kann dir nicht genug danken. Wegen dir hat Kürat sowas wie eine Zukunft. Ich würde Sabal nicht immer nur zurückblicken. Könnte auch er es sehen. Oh, machen wir das nächste Mal. Komm her. Na, ist auch egal, komm. Das schnappen wir uns aber auf jeden Fall hier. Das haben wir uns verdient. So. Danke. Ja, schön. So. Ja, ich weiß, war jetzt schon fast voll. So. Was sind wir jetzt überhaupt hier? Komm her. Was? Karte, Fähigkeiten, wie viel haben wir denn? Drei. Was kostet der hier? Ja, er kostet vier. Äh, okay. Wildfrog. Was haben wir denn hier? Willis. Übernimmt eine Kampagne-Mission für Willis. Du hältst groß um den XP. Wer ist das denn, Willis? So. Ähm. Wann die denn? Ach da. Ja, so. Ja, ja, ja. Gut, okay. Das will ich jetzt mal beim nächsten Mal dann. Aber jetzt will ich doch eins. Doch eins möchte ich auf jeden Fall noch vorher machen. Und zwar dieses hier. Okay. Okay. Ja, die Fashion Week. Ja, da will ich hin. Komm, das will ich auf jeden Fall noch machen. Und die Mission von eben, Alter, ich weiß ja nicht. Die können eigentlich nur durch sein, die Entwickler. Das geht da anders gar nicht. So, erstmal hier wieder ein bisschen was verkaufen, würde ich sagen, ne? So, komm her. Neue Waffe. Freigeschaltet. M-K-G. Okay. Äh. Ball. Nein, erstmal hier verkaufen. Haut eines Panzern aus uns. Nein. Hauke will. Ja. Noch ein. Ja. Reichstag. Schwarze Liste der Regierung. Was? Navi-Nachbau. Ja. Altes Geld. Alter Porno. Kleine Schnapslasche. Hypodermische Naden. Gebetsfahnen. Ja. Ja. Im ersten Mal. Äh. Staubwand. Was haben wir hier? Plastiktüte. Ja. Konservendose. Ja. Äh. Rohrzange. Alter, was ist das hier? Äh. Brut und Fell. Äh. War wahrscheinlich sowieso nicht mehr in der Bewehr. Warten erstmal. Hm. Ja. So. Hammer. Jetzt hier. Äh. Kaufen. Anpassen. Waffen. Okay. Waffen. Allwegs gleich. So. So. Hm. Haben wir jetzt hier noch das Weiten Waffen. Diesmal noch das Normale Waffen. Ist hier. Wo ist denn das denn? Ist. Ach. Den Flammenwerfer hab ich jetzt. Schön. Ach. Hier ist auch dieser. Ach. Da. Was mit dem? Ähnlich nicht. Ähm. So. Einzigartige Waffen. Irgendwas Neues. Ne. Und. Dann Munition. Ja. So. Dann. Dann. Komm raus. So. Wollen wir hier die Fischenwegaufgabe? Ne. Das machen wir jetzt nicht. Tada. So. So. Besorge das Fell von Tenzin, den seltenen Rothund für Mr. Chiffons Kleidungsstück. Ja klar. Ich hab dein neustes Design gefunden. Das mit dem seltenen Rothund. Sieht gut aus. Das liebe ich so an dir, Ajay. Du tust nicht so, als hättest du Geschmack. Im Gegensatz zu Minen. So launisch. Ändert ständig seine Meinung. An einem Tag ist der Anzug perfekt. Am nächsten nicht mal gut genug für die Onde. An einem Tag hat man eine sweeten Verrast. Am nächsten jagen einen diese Onde durch die Berge. Was? So ist die Mode schätze ich. So. Dann komm mal her. Warte mal. Dann legen wir uns am besten mal einen Wegpunkt. Wo ist denn das hier? Ja. Du hast ja so recht. Die Höhle ist nicht weit weg. Sei grimmig, Ajay. Ja, aber nicht grimmig. Ich bin obergrimmig. So. Ich bin wieder zum Besten hin. Aua. Ja. Ja. So. Ja, guck mal her los. Dam 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 dam. So. Oh, Alter. Das Ding ist ja erschrecklich. So. Okay. Ja. Fall überpulzen. Ja. Ach, da ist es. Sehr schön. So. Wo ist ein Hund jetzt hier? Komm. Komm. Ja. Wo ist denn? Wo ist denn? Ist das der da vielleicht? Hm. Wir müssen Köder werfen. Komm mal her. So. Kriegt das was? Äh. 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 Oh. Gut, okay. Jetzt kommen wir wieder hier runter. Ah. Äh. Ach. Ja. Komm her. Wissen du Scheißhund, jetzt kommen wir hierher los. Ey! Da ist doch, Alter! Hm. Da komm her, was denn? Was? 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 Alter, jetzt fütt mich gleich aus hier. Alter, ich hab dich doch getroffen, komm schon. Da hängt er, verhängt er sogar noch bei dir. Im Arsch. Wissen du, Drecksköter, los komm her jetzt, hier runter. Los. Los, jetzt komm her. Scheiß runter. Komm schon, jetzt hab ich die Schatte voll. So. Das ist der hier noch nicht. So. Ich mach da so Ewigkeiten rum mit diesem blöden Tier. Mann, 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 Mann. So einfach geht's dann doch wieder, ne? So, komm her mit, Gäste. Geh. Geh. Warte mal was hier. Da. 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 Geh. Der ist zu hoch. Ist zu weit. Wie soll man ein bisschen ziehen hier? Nein, will der nicht gar nicht. Ist mir auch egal, komm. Och, wer war denn da? So, was haben wir hier? Sehr schön, komm, und jetzt muss ich wieder hin. Wo soll ich das denn hinbringen? Ja, wohin? Wo ist denn der Typ nochmal gewesen? Och, kacke! So, und jetzt? So, schläg ich mal hier ein, ja? Wo kann ich jetzt einfach irgendwas herstellen? Hm, ach so, ich kann es einfach noch nicht machen, deswegen. Gut, okay, alles klar, also, Karte herbei. So, hier sind wir. Okay, dann, dann, was machen wir jetzt? Ab nach Hause, ne? Würde ich sagen. Ähm, da ist ein paar Granzorn, was haben wir hier? Jagdvorräte und so irgendwas, was wir machen könnten. Ähm, tüm, tüm, tüm. Steh gerade. So, zum kleinen Abschluss. Attentat, komm, wir machen noch ein Attentat. Ja. Komm, wir starten jetzt hier noch ein Attentat, auf jeden Fall. Und dann ist auch Schluss. Ähm. So. Ja. So, gut. Dann mal raus hier. Was ist das? Da. So, was haben wir denn hier? So, was haben wir denn hier? Ach so, ist das Ding hier. Ja, ja. Äh. 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 Haltensortieren. Klar. Mach mal, komm. Ja. Karte. Da. Schön. Ähm. Auto. Ist das hier auch ein Auto? Kann ich mit dem fahren? Ist das noch fahrfähig? Nein, das ist kaputt. Ach, da steht da was rum. Guck mal. Den nehmen wir hier. Den kleinen, den kleinen süßen hier nehmen wir. Was? Steck mal schneller ein. So. Oh. Ich finde das schon ein paar Punkte für Fähigkeitspunkt. Ne? Dann könnten wir dieses dauerhaft schnell rennen. Das wäre doch cool. Ich glaube, ich hatte kein Radio. Äh. So. Ja. Ich weiß. Ich bin unglaublich. War nichts. Ich hab glaube, da wäre noch einer. So. Und weiter geht's. Was? So. Rett mir. Äh. Äh. Dann, 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 dann. So. Okay. Ach, das sind nur Schweine. Die brauche ich nicht. Okidoki. Dann checken wir mal jetzt die Lage ab. Um ihn zu bestehen. So. Ok. Dann stellen wir uns runter zu dem zuerst. So. Oh. Ich wurde entdeckt. Was? Das zählt schon? Was ist das denn? Ja, dann. Gut. Ok. Nochmal. Ah. Hm. Äh. So. Jetzt bleiben wir mich, bleiben wir mich hier. So, aber auf jeden Fall noch mehr. Oh. Oh. Verdammt nochmal. Wie viele braucht man denn noch, um einen Posten zu bewachen? Ups. So. Gut. Ok. Jetzt hab ich grad gedacht, grad der hätte da schon. Hm. Das ist die große Frage, ob kriegen wir den viel... Oh los 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 los. Was ist mit meiner Farbe? Nehmen wir die auch mit? Ähm . Ist die große Frage, ob kriegen wir den viel... Alter kommt nichts hier. Oh los, 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 jetzt lauft doch mal da auch los. Okay... Los, 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 los! Ach komm schon, das kann doch gar nicht wahr sein, oder? So... Was ist der denn? Ah... So... Ich hab aber nicht lange, oder? Was denn? Was denn? So... Wie? Hier... Ach so... Ah... Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal! Wunderbar, komm! Ach da! Gut, leg mal den da ab, komm! So... Da gibt's noch Bonuspünktchen, schön! So... So... So, okay, jetzt nichts mehr raus hier! So, dann haben wir's eigentlich auch schon, oder? Sehr schön! Gut, hier ist ruhig wieder zurück! Ne? So... 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 Ah... So, alles klar! Oh, da kommt noch was, oh, da kommt noch was! Und drack, und drack, und drack! Hey, wo ist der zurück? Achso, der Fettick. Ja, wo ist der auch egal. So, machen wir hier noch was. Jetzt nicht. Ah, hier. Da, damit. Oh. Wie ist der? Da. Sehr schön. Ach, das reicht schon für Fähigkeitsbogen, siehste. Da hat es doch schon gereicht. Da hat es doch schon gereicht, du. Was haben wir denn da nicht noch für Tiere? Schweine. Wo wollt ihr denn nicht rum? Was machst du denn? Hä? So. So. Ich würde mal sagen... Achso, das ist heiß. Ich wollte schon was sagen. So. Kommt jetzt hier runtergefahren, der Trock? Aber nicht. Ja, ja. Komm. Wird es echt hierher gefahren? Nee. Nee, doch nicht schade. So, gut. Hat er herbei. Erstmal mal Fähigkeitspunkt. Jetzt haben wir vier Stück. Jetzt können wir es machen. Ja. Sehr schön. Und die Karte. Was haben wir denn da? Achso, das ist die Arena. Also können wir jetzt hier für Willisnam Auftrag machen. Wir können für einen goldenen Faden Auftrag machen. Wir können für einen goldenen Faden Auftrag machen. Bevor wir überhaupt hier irgendwas machen, dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal diesen Funkturm. Genau. Ähm. Ja. Aber trotzdem. An der Stelle Stopp. Und erstmal ab nach Hause. Oder? Ja, doch. Dann machen wir noch einen Funkturm. Nee, eigentlich nicht mehr. Äh, Glockenturm meine ich. Ist ja. Nicht Fahrquart 3. Nicht verwechseln. Nicht verwechseln. Nicht verwechseln. So, wir haben trotzdem gut was geschafft. Auf jeden Fall. So. Achso. Pass mal, wir bereiten uns aber schon mal vor. Äh. So, und zwar. Das war auch mal voll. Verkauf haben wir irgendwas? Kaufen wir gleich. Kaufen wir gleich. Kaufen wir gleich. Auf. Maximin auch. Blech, Lux, Bock. Äh. 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 Irgendwas anderes noch. Äh. Kaufen. Können. Nein. Gut. Alles klar. Dann runter. So, ja. Dann stellen wir uns hier wieder hinten, ne. So wie gehabt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, ne. Euer Dein Niko. Ciao, ciao. 10 dár, 0, 0, 0, 0, 0. Vielen Dank.